Das neue Spitzenmodell unter den Anhängern von Berg, der Berg Tandem Trailer XL. Mit dem coolen Berg Tandem Trailer XL erlebst du beim Spielen noch mehr Abenteuer. Alles was du unterwegs findest, nimmst du einfach mit. Der Anhänger kann sogar Lasten bis 40 Kilo transportieren. Inspiriert durch seine großen Brüder hat der Tandem Trailer XL auch zwei Räder. Die doppelte Pendelachse gewährleistet nicht nur eine optimale Straßenlage, sondern sorgt dafür, dass dieser große Anhänger auch in puncto Wendigkeit den zweiräderigen Modellen nichts nachsteht. Dank der Kippfunktion lässt sich das Transportgut auch ganz leicht wieder entladen. Diese Kunsthochschale mit Stahlkanten gibt dem Anhänger viel Stabilität und bietet ein Ladevolumen von bis zu 75 Litern. Dank der Luftreifen fährt sich der Anhänger mühelos und komfortabel. Der Zusammenbau des Anhängers und die Montage eines Pedal-Go-Karts sind ganz einfach. Der Anhänger ist mit allen großen Pedal-Go-Karts von Berg kombinierbar. Doppelte Reifen, doppelt so viel Spaß mit dem Tandem Trailer XL.